Musik Es ist ein Einsatz von ganz unterschiedlichen Menschen hier in Düsseldorf, die die Palliativmedizin voranbringen wollen und vor allen Dingen von Menschen, die sich um Kranke hier sorgen und kümmern. Und dazu gehören Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Psychotherapeuten, Beratungsdienste. Und die haben gesagt, wir wollen hier in einem Netzwerk miteinander zusammenarbeiten, weil Menschen, etwa mit Krebserkrankungen, in den unterschiedlichen Erkrankungsphasen unterschiedliche Dienste und Beratungssysteme benötigen. Und die Palliativmedizin ist natürlich eine Form der Medizin, die dezidiert sich um Schwerstkranke bemüht und sie begleitet. Und zwar schon sehr früh, auch von Anfang an, sodass Menschen mit ihrer Krankheit auch eine gute Lebensqualität weiterhaben. Wir können sehr dankbar sein, dass gerade diese Palliativmedizinische Begleitung in den letzten Jahren mehr und mehr ins Bewusstsein getreten ist.